Das Gesetz, das Gesetz ist klar. Wenn das siebte Siegel gebrochen wird, reiten die vier Reiter los, um die Üble zu bestrafen. Seien sie nun Söhne der Menschen, Herren des Himmels oder Abschaum der Hölle. Über alle Bewohner der Erde wird gerichtet und der Bank wird erneut geschmiedet. Du hast deine Aufgabe vergessen, Reiter. Du hast das Gesetz vergessen. Es wurde nicht gerufen. Und doch ist der Zerstörer losmarschiert und dort wurdest du gefunden. Unter seinem schwarzen Banner, wenn die Behauptungen stimmen. Zur Hölle mit euren Behauptungen. Die Siegel wurden gebrochen. Ich wurde gerufen. Wo sind dann die anderen Reiter? Wurden sie nicht ebenfalls gerufen? Die sieben Siegel sind verborgen. Wie sie es schon immer waren, seit der Pakt vor Äonen geschmiedet wurde. Sie sind alle intakt. Es gab keinen Ruf. Du hast den Dunklen geholfen. Hast ein heiliges Abkommen gebrochen, das die Menschheit ins Verderben stürzt. Du hast das Gleichgewicht gefährdet. Streitest du das ab? Als ich ritt, waren Himmel und Hölle bereits im Kriegszustand. Abaddon war dort. Er wusste etwas. Abaddon ist gefallen, als er das Chaos bekämpfte, das du entfesselt hast. Ich kämpfte, war aber machtlos gegen die Dämonen. Und doch beschuldigt ihr mich? Deine Niederlage beweist gar nichts. Wahrscheinlich hat der Zerstörer sich dann entledigt, nachdem er mit dir fertig war. Du hast das Gesetz besodet, Reiter. Du wirst bestraft. Ich diene nur dem Rat. Nur dem Gleichgewicht. Wie die Reiter es schon immer getan haben. Schickt mich zurück. Ich werde die Verantwortlichen bestrafen. Wie? Welche Hoffnung hast du gegen die Armeen des Zerstörers? Du bist machtlos. Ich bin Krieg. Dann werde ich scheitern. Und die Dämonen werden euer Urteil vollstrecken. Oh shit. Nun gut. Du kehrst zur Erde zurück. Aber du wirst beobachtet. Tritt vor. Ein Mannarmee. Ein Mannarmee! Dieser Beobachter ist an dich gebunden. Er wird deine Loyalität sicherstellen. Hefflicher Fickkobolch. Vergiss das nicht. Sonst werde ich deine Innereien beobachten. Shit. Der hat uns an den Armeen. Shit. Genug. Erhebe dich, Krieg. Und wappne dich. Ich bin's. Oh shit. It's going down. Alles klar. Drück im B. Zwischen Gehen und Renten zu wechseln. Alles klar. Macht Sinn. Wo müssen wir hin? Ich hab keine Ahnung. Yeah motherfuckers. Chaosfresser. Die wütende Klinge durstet nach Vernichtung. Gib mir mein Schwert. Mein bester Freund. Die Chaosklinge. Komm her. Shit. Mein Schwert ist so groß. Chaosfresser. Kriegslegendäre Klinge. Sie wurde ebenfalls ihre ursprüngliche Stärke und Macht beraubt. Level 1, Bitch. Okay. Kling Geysir. Ein Ding ist erforderlich. Dieser Angriff nutzt die Kraft des Chaosfressers und lässt um Krieg herum ein tödliches Feld aus Klingen entstehen. Okay. Drücke I und Gepäck. Inventar. Okay. Verbrauchsgegenstände und Zorn zuweisen. Zornfähigkeit. Die Seelen der Toten werden eine Wehrung sein. Einige Feinde lassen sich leichter kaufen als töten. Okay. Also müssen wir bezahlen und töten. Am besten erst bezahlen, dann töten. Alles in der Handschuhe. Seelen. Seelen manifestieren sich in drei Formen. Währung, Gesundheit und Zorn. Suche den Dämonen Wulgrim auf. Nur wenige können sich seine Dienste leisten. Aber vielleicht kannst du mit ihm handeln. Oh, shit. Der Rad gibt sich jetzt mit Dämonen ab. Ist das so? Als der Pakt gebrochen wurde, verloren einige Dämonen die Gunst des Zerstörers. Wulgrim ist einer dieser Verstoßenen. Er möchte schon seit langem einer Audienz bei uns. Wie lange bin ich schon hier? Was da fülle? Oh, shit. Anscheinend haben wir unser Ziel ein klein wenig verfehlt. Nicht so schnell, Reiter! Bis das hier vorbei ist, bist du ein Hund an der Leine. Wenn ich sage, geh laut, dann bellst du. Wenn ich sage, sitz, dann solltest du dich damit beeilen. Und wenn ich nicht treten muss, solltest du vorher deine Zähne rausnehmen. Verstanden? Das bin ich. Oder soll ich dir beibringen, wie man sich totstellt? Guter Junge. Motherfucker. Okay. Pinder, Wulgrim. Alles klar. Wulgrim. Der Rat hat dir befohlen, Wulgrim zu suchen. Also fang damit an. Der Rat hat dir befohlen. Halt's Maul, du hässlicher Zwerg. Oh shit. No problem. What the fuck? Zombies? Hässliche, kleine, tote Zombies? Die Bitches leben. Hier kommt das Begrüßungskomitee. Die haben noch keine Kraft. Krieg? Going down. Warum stellst du dich nicht selbst vor? Okay. Hallo, I'm Krieg. Ihr Bitches. Ah, 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 ah. Ihr Kleins. Hinter mir. Hinter mir noch. Nimm den. Mach's doch. Bah. Oh shit. Durch den durchgeworfen. Oh, der ist schon größer. Okay. Nimm mal von der Fähigkeit. Oh, what the fuck? Hier. Okay, ich komm ja schon. Kleiner, hässlicher Drecksmongo. Oh, leuchtende Handschuhe. Kriegshandschuhe leuchtet in der Nähe in interaktiven Objekten, Kisten oder Türen. Drücken die E und aktivieren. Bah. Oh, hey. Drücken, Alter. Das wäre mein Stil. Kling. Alter, mein Schwert ist schwarz. War das so geplant? Geh runter. Nein, stopp. Oh, say hello. Oh, shit. Fuck. You stupid bitch. Wie setze ich meine Fähigkeiten ein? Okay. Controller spiel. Ich merke das. Ich merke das. Alter, das ist ein Controller spiel. Oh, you mother fucker. Oh, bitch. Schnibbeli, 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 schnub. Okay, der Box. Meisterdrehen. Oh, zwei große. Shit. For life. Bah. Ha. Oh, fuck. Controller will nicht. Kein Problem. Wir kommen auch so durch. Wir kommen auch. Oh, shit. Ha. Okay, wir laufen da oben lang. Ma, boi. Bah. Two in one. Du auch noch. Bah. Okay, Objekte verschieben. Mit R kannst du Objekte verschieben. Okay. Und jetzt schieben. Schieb einfach nach vorne. Da müssen wir bestimmt rum. Reicht. Okay, sind wir noch mehr? Nein. Okay, gib Gummim. Hey, ihr kleinen, süßes Chocoasen. Zeitgeräusche. Ha. Ha. Bah. Alter,わかacz Все. Mancha, ich steck. Oh, voll. Oh. Nein! Okay, ab da. Okay. Alles bricht zusammen, kein Problem. Hey, Leute! Kommt der hier noch? Nimm den Tisch! BAH! Kein getroffen. Nimm das Klappier! BAH! Noch, noch mehr? Oh, shit! Okay. My boy! Alter, ich muss zu viele Tasten gleichzeitig drücken. Ich hab zu wenig Finger. Fuck! Nein! Oh! Ich hab einfach zu wenig Finger! Okay, mit mehr Finger. Okay. Okay. Einstellung. Passt mit der Needle. Komm schon, komm schon. dich auf, komm schon. Und meist, und gleich. ids- B-tch. Hh-h-hah. Hh-h-h! Hh-h-h! Alter, genau das richtige Sprich für mich. Nimm das Klavier. Können wir immer noch gebrauchen. Nimm das mit. Okay, und nun? Alter, Maul. Hier, fang. Bäh, Bitch. Oh. Okay. Wir laufen noch einmal hier lang. Vielleicht ist hier was. Versteckt? Nein, nichts. Nee. Was war denn da unten jetzt? Wollen wir eben wieder zurück. Einmal gucken. Okay, hier war gar nichts gewesen. Wieder zurück. Eine Kiste. Geht mir die Kiste. Ja, okay.